Ich wurde auf YouTube in den Kommentaren nach einem Freilauf Soundcheck angefragt. Ich habe das Radl mal eingehangen und wollen wir den Freilauf mal checken. Ich drehe es jetzt kurz auf der Frontkamera an, wechsle dann auf die Hauptkamera, damit unten das Mikrofon aktiv ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch der Sound vom Freilauf gefällt, ob ihr es lauter wollt oder leiser, ob es euch zu laut ist. Viel Spaß und lasst einen Daumen nach oben da. Ciao!